Hallo, heute bin ich hier in dieser kleinen Bäckerei und möchte über ein Wort sprechen. Es heißt wichtig. Ja, wenn für euch etwas wichtig ist, dann bedeutet euch das unheimlich viel. Also zum Beispiel, oh, 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 hier, guckt mal, dieser Vollkornkeks, der ist für mich wichtig. Er bedeutet mir unheimlich viel. Oh, 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 oh Kuchenkekse sind ebenfalls ganz, ganz wichtig für mich. Ihr seht, oh, all diese Kekse sind ganz, ganz wichtig für mich. Sie bedeuten mir unheimlich viel, aber sie haben noch viel mehr Bedeutung für meinen Magen. Kauwabaka! Kekse! 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 Kekse!